und damit herzlich willkommen zu einem neuen let's play projekt hier auf dem kanal wir spielen den d-rail valley simulator der hat vor kurzem ein richtig großes update bekommen wo jetzt mit unter wetter mit dabei ist tag-nacht-zyklus der physik simulation ist komplett überarbeitet worden es ist eigentlich so gut wie alles neu und ich dachte da machen wir so ein kleines let's play und schauen natürlich uns mal die ganzen lokomotiven an und ja ziel vom let's play soll sein dass wir wirklich alle lizenzen einmal kaufen und die natürlich auch mal nutzen ich bin schon ein zweimal hier mit der klein hier gefahren und wir haben jetzt einen auftrag wo ist er denn genau wir müssen hier auf gleis b40 diese stahlwagen hier ankuppeln und müssen dann zu hafen und stadt runterfahren ja das ganze wiegt ganz am anfang sieht man es zwei 85 tonnen 90 meter lang 48 minuten meint er braucht man dafür bringt dafür 11.838 dollar ja ich würde sagen wir machen die lok mal bereit wir gehen mal hier rein und starten hier mal alles wunderbar sehr gut und schaut doch mal wie geil das aussieht mit dem regen hier entsprechend können wir auch rutschen das wird es spannend machen scheibenwischer machen wir mal an und vorne und hinten mal die lichter lüftung ist an perfekt ja da ist unsere karte wir sehen momentan da und müssen hier runter sollte man geschaffen rückwärts ist drin bremsen lösen und los geht's vielleicht nicht allzu schnell naja da ist ja schon der wagen welche hotkey war das hat der hier ok ja das hat nicht ganz gereicht ja das sieht gut aus mal bitte auf so leh dann bitte einmal ankuppeln das ist dann irgendwann mal ein simrel sehr gut so irgendwo ist die handbremse angezogen war eh schon der kontrollieren wir auch die anderen wagen beziehungsweise wir sollten die nummer kontrollieren 611 ist der zweite ok ist gelöst überall gelöst und der letzte wagen ist 208 das passt auch wunderbar licht hinten immer ausmachen beziehungsweise ja lass mal aus vorne high beam beziehungsweise normale gehabt wir bleiben auf frei ja das machen wir sehen und jetzt zu der route wir müssen hier links fahren nochmal links ja also eigentlich einmal zweimal dreimal links und dann rechts perfekte bremsen gelöst sehr gut daran abfahrt ja und da rutschen wir schon was jetzt auch noch geil ist die bremsen können ja jetzt überhitzen bis hin zum totaleausfall das macht es spannend vor allem wenn ich der lokführer bin ja muss ja schon kämpfen machen wir irgendwann wieder zu und es ist nicht ganz so laut hier ich habe das auch für mich schon ein bisschen mit der wii brille ausprobiert und ich muss sagen das macht spaß das wird zum aufnehmen nicht so cool deswegen stehen wir das im nicht wii modus hier können uns sogar ein bisschen hinsetzen wobei ich stehe irgendwie lieber als wieso so du bist schon auf links perfekt 100 kmh maximal ein bisschen mehr schmack ist und da schon wieder 60 schimpfe was aber dann die 100 sind da aber es ist nur das erste stück hier was ihren berg nach oben geht und danach ist es hier gerade bis und sie geht da wieder nach unten und was wir jetzt auch machen können ist das hier ups das war der Foto Modus gehen wir jetzt sogar in die Außenkamera ist das nicht cool können sogar nach hinten gehen wenn wir wollen und natürlich komplett fernsteuern aber das machen wir nicht nächste kreuzung ich glaube ich hätte hinten gern mehr licht noch mehr ja ne machen wir mal so wenn ich nach hinten was sehe und wir werden schon wieder langsamer sehr geil komm schon du schaffst das wir schleudern wo ist hier sanden, sanden, sanden äh ich weiß wo ist, ah da, sanden, sanden fuck, wenn wir überhitzen ja, geil, das fängt ja schon mal gut an ja, das brauche ich gar nicht weiter probieren wir kommen ja nicht hoch äh, sehr geil, wir müssen hier mit Schwung rauf gut, äh, dann wieder retour ja, ja, ist ja gut ja, da habe ich mir schon mal den perfekten Auftrag ausgesucht für die allererste Episode so, du kannst mal rollen wir waren mal die weichen hier ah shit, ich habe nicht mal ein Licht das habe ich mir natürlich noch nicht mal gekauft ahhh ok, lassen wir mal so zurück gehen ich hoffe auf YouTube sieht man überhaupt irgendwas äh, falsch äh, falsch du bist richtig, okay dann können wir hier geradeaus ne, Moment du warst richtig, du bist falsch ok, dann können wir da schön durchpfeifen nach hinten und dann holen wir uns mal ein bisschen Schwung oh, das Rollgeräusch ist immer mega nice auch wenn man nichts sieht oh, rein zur Lok da, Licht anmachen ach man, das ärgert mich jetzt dass wir da nicht raufgekommen sind so, komm, wir machen noch ein bisschen schneller nach da hinten ja, da haben wir es ja bald geschafft sind wir wieder genau da wo wir angefangen haben Ah, Kraftstoff ist eigentlich auch nur spannend, aber ich glaube, das sollten wir schaffen. Ja, ich glaube, das reicht mit Anlauf. Bremsen. Gut, zöterle, versuch nochmal zwei. So, liebe Lok, zeig mal, was du kannst. Hallo. Wieso hat die jetzt da so Mühe? Ja, ich weiß. Ah, das fängt ja schon mal sehr gut an. Ich glaube, das war nicht so schlau, dass ich die Temperatur jetzt schon so hoch gebracht habe. Komm, 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 komm. Das gibt's doch nicht. Da kommt eine Leistung. Ey, der Lüfter macht mir überhaupt keinen guten Job. Aber das war vor dem Update auch schon so. Ich brauche Geschwindigkeit. Komm, komm, komm. Komm, komm. Mal hin, schon mal 20. So, scheiße. Ich glaube, ich kann das jetzt wieder ausmachen. evil Yes, komm. Oh, bitte lass das genug sein. Plus 0,6 hier. Okay, wir haben 40. Wir müssen jetzt schön auf die Temperatur achten. Ja, und wir steigen. 1,6. Das ist eigentlich die Alternative. Ja, wirklich Alternative haben wir nicht. Komm, 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 komm. 1,3 ist ein bisschen weniger. Zieh so hoch, komm. Oh, fuck, das steigt schnell. Ja, ich weiß, Temperatur. Das könnte sicher ausgehen. Yeah, da ist schon mal die Anzeige für die Kreuzung. Ähm, links, ja. Aber sie ist noch nicht. Jo, ich glaube, wir schaffen das. Okay, manche geht nach links. Sehr gut. Shit, kurz vor Rot. Okay, gehen wir nochmal eins weiter runter. Oh, shit, das ist auch noch Steigung hier. Yes. Mir verlieren Temperatur. Ähm, ja, die Büsche sind ein bisschen nah dran. Aber die drückt es dann auch weg. Das finde ich irgendwie cool. Oh, mittelmärchen mag ich es. Ja, ja, ich weiß. Oh, das mit dem Sprit wird sehr interessant werden. Ich überlege mal, ob wir vielleicht bei der Bergabfahrt die Mute nicht mal ausmachen. Ja, fassen kann ich es hier noch nicht. Na, komm. Yes. Nice. Nice. Und welche Geschwindigkeit? 70. Ja, okay, da sind wir weit runter. Ja, sehr cool. Wir haben es geschafft. Das soll eigentlich die schwierigste gewesen sein. 80. Ja, gut. Ja, ich bleibe mal so in der Gaseinstellung. Nicht, dass wir da ein bisschen zu viel verbrauchen. Ich meine, sollte man wirklich keinen Sprit mehr haben, dann kann ich ja ins Office gehen. Und einmal die Gebühren zahlen, dann sind wir wieder aufgetraut. Das ist zwar nicht ganz realistisch, aber es sollte funktionieren. Nächste dann rechts und dann wieder links. Lass uns doch mal ein bisschen nach draußen gehen. Oh, so cool, dass wir jetzt einen Tag-Nacht-Zuppe sagen. Lass uns mal die Tür hier aufmachen. Das Schöne ist ja, dass sich ja soundtechnisch dann alles ändert, je nachdem, was für Tageszeit man hat. Und sogar die unterschiedlichen Schwellenarten sind noch umgesetzt. Das Gleiche auch mit Tunnel. Da ist ein bisschen ein Hall hier drin. Also was die jetzt alles schon mit dem Simulator hier angestellt haben, das ist Wahnsinn. Der einzige Nachteil an dem Ganzen ist, das ist ja immer noch die alte Strecke. Wäre schon irgendwie cool, wenn es dann mal eine neue Strecke geben würde. Oh, oder wenn es eine Art Editor geben würde. Wo man sich das selber zusammenbauen könnte. Und sie haben ja immer noch nicht alle Goals erfüllt. Es soll ja zum Beispiel ja noch die Elektrifizierung kommen. Dann DMUs bzw. EMUs beispielsweise. Gut, also Schieferkehr, der geht schon mit Mod. Wow, das Dampflokfahren, das wird noch spannend werden. Es ist tatsächlich in VR ein bisschen angenehmer, als wie jetzt auf der non-VR-Version. 80. Weit unter Rosima. Jetzt die große Groove da vorne. Ein bisschen zurück mit dem Gas. Ich habe es irgendwie so stumpf in Erinnerung, dass hier irgendwie 30 oder sowas gewesen ist. Dass man da ja nicht schnell reinfahren darf. Jetzt ist ich zieh ich runter vom Gas. Jetzt kommst du erst mal zum Spiel. Oh, wo bist du? Hinten war es jetzt gerade. Komm, 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 komm. Komm her. Ich sehe es nicht. Okay, mit 60 dürfen wir da rein. Alles klar. So, okay, danke. Oh, jetzt ist es jetzt mit dem Hall hier. Das ist ganz anders jetzt. Und ich mag mich erinnern, da vorne bin ich dann schon mal ein Kleist. 40, ja. Oder bremsen, 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 bremsen. Uh, okay. Nichts ist passiert. Okay. Okay, da dürfen wir jetzt wieder 70 fahren. Sprit ist auch noch okay. 60, okay, gehen wir mal ein bisschen schmackig. Okay. Ja, ein Stückchen haben wir hier noch. Eigentlich ist ein bisschen KI-Verkehr eigentlich auch noch witzig. Weil das ein bisschen spannend wäre, jetzt wo hier alles eingleisig ist, muss man nicht irgendwie mit Tokens oder Signaler arbeiten. Oh, 60 mit Befällen, ey. 40, oh scheiße. Bremsen, 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 bremsen. So, zu hier. Ist gerade der Kompressor mit reingangen. Haha, so coole Details. Ja, so ein Mannschaftswagen da hinten wäre jetzt gar nicht mehr so schlecht, der leuchten würde. Mit der das eine vom Zug hier sehen. Müssten wir uns halt auch noch einkaufen. Oder was? Ich bin mir gerade sicher, ich muss mal das Kapus kaufen. Oder steht das irgendwo rum? Ich weiß es gar nicht mehr. So, nächste Kreuzung. Ähm, Stichwort Auftrag. B4, B4, 0 fahren. Wir müssen auf D4, 1. Schauen wir dann gleich mal, wo das ist. Das ist 60 da hinten. Bahnhof, Sprie, ne. Da, Stahlwerk. Wissen. Aber jetzt, was ich mache, das später. Sollte jetzt eher aufpassen, dass ich hier nicht so schnell werde. Und das machen wir auch richtig. Jo, es geht nach links. Und nach links dürfen wir 40. Oh, shit. Passt. Eigentlich, die untere Strecke könnte man auch mal fahren. Ich glaube, die bin ich noch nie gefahren. Ist halt ein schöner Umweg. Da ist er ja, der Hafen. Eventuell sieht man beim Lockschuppen schon einer der neuen Lokomotiven. Stichwort neue Lokomotiven. Wie viel Geld haben wir? Äh, 21.000. Müsste mindestens mal eine neue Lizenz mit drin sein. 40. Äh, tun wir mal bremsen. Ein bisschen mehr bremsen. Äh, noch mehr bremsen. Nein, nein, nein. Bitte, bitte nicht in den Gleis. Oh, dieses Geräusch klang gerade sehr gefährlich. Aber scheint noch alles dran zu sein. So, nächste Kreuzung. Die wird uns... Ah, wisst ihr was? Wir bleiben jetzt hier mal kurz stehen. Dann machen wir jetzt mal kurz stand, wo wir hin müssen. Komm, brems mal. Wo wir jetzt wahrscheinlich müssen wir eh nach links. Bremsen. Okay. Äh, so, da, da. Auftrag. D, 4, 1. B, 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 Bahnhofspiniel. Wir brauchen den Hafen. Hafen und Stadt. D. Okay, wir müssen nach links. Dann gerade aus. Dann nach rechts unten. Und dann haben wir hier die... So, da, da. D, 4, 1. Oder beziehungsweise I. Je nachdem. D, 4, I. Das ist erst die rechts. Und dann gerade aus. Okay. Ähm. Ich hätte ich gern... Kann ich dich da so platzieren? Alles klar. Das ist ein dickes Buch. So. Bremsen lösen. Hier nach links. Das ist schon mal richtig. Bitte nicht durchdrehen. Bitte nicht durchdrehen. Perfekte O. Also hier nach links. Auch an aus. Dann rechts. Na ja, Gott sei Dank kriegen wir für den Job ganz gut Coole. Wir wollen dir bei der Legen, ob wir Lizenz-Upgrade machen. Im Sinne von, wir können mehr ziehen. Oder ob wir gleich schon unsere stärkere Lokomotive suchen. Weil die hat einfach echt nicht so viel Bumms. So, da geht's zur Drehscheibe. Da wollen wir erstmal nicht hin. Oh, geradeaus, da sehe ich schon was Neues. Da sind zwei neue Lokomotiven da hinten. Dann werden wir da gleich mal vorbeischauen. Äh... Geht gerade aus, ne? Und jetzt aber dann rechts beim nächsten. Ah, ich brauche die hintere Beige. Komm her. Perfekto. Ah, weißt du was? Ich hätte ich gern wieder. Rechts geradeaus. So, und da hat der Kollege gesagt, geht der Roddy. Und da hinten einmal die erste rechts und dann wieder geradeaus. Dann soll das stimmen, wenn ich mich jetzt nicht verfahren habe. Aber er fährt denn hier mit 60 rein? Okay, und hier jetzt gerade. Das müsste dann... Ne, gerade stimmt nicht. Anhalten. Ja, sehr geil. Ich hab mich verfahren. Ich hätte eigentlich da runter müssen. Äh, wo ist... Moment. Das Gleis muss ich. Okay, dann könnten wir aber da die Weichen schon mal richtig machen. Ach, das ist ja... Moment mal. Wenn du auf D4-1 musst... Wie komm ich denn... Da komm ich ja gar nicht mal wieder raus. Ja, geil. Oder geht das da hinten wieder zusammen? Ah. I see. Und da komm ich dann auf... Ah, okay. Okay, ich kann dann hier wieder rausfahren. Ah, let's klar. Okay, ich bin dann doch nicht eingesperrt. So, liebe Lok. Nehmen wir es denn zurück. So, ich mach es. Ach, ich hab den Plan falsch gelesen. Ich komm ja natürlich von unten rein und nicht von oben. Ah. Ich muss mal genauer hinschauen, von wo ich reingucken. So, das reicht. Ich mach es. So, der Leib-Reiging-Virate. Okay, also mit dem Sprit habe ich mir echt keine Sorgen machen müssen. War mehr als genug Puffer. Was zu der Sache noch Eyadachernen Zahnstein Was ist das in die Angelegenheit? Liebe, meine Fans lite excited. Und ein bisschen mehr Schmack ist. Dann haben wir das endlich geschafft. Sehr, sehr geil. Nicht einmal eng leist. Keine größeren Zwischenfälle. Ich bin stolz auf mich. Aber immerhin, das ist die Real Valley. Katastrophen werden noch kommen, da bin ich mir sicher. Frage ist, noch wann? Du bist ja auch mal ein interessanter geworden. Gefällt mir. Ja, ich glaube, jetzt sind wir so weit drinnen. Gehen wir die Bremsen reinhauen. Weg, 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 weg. Ja, ein bisschen knapp, aber das wird schon passen. So, leh. Einmal hier zu machen. F machen. F machen. Wieso ist das Bremsgeräusch noch so arg, ne? An Bremse. Okay. So, leh. Einmal hier lösen und Motor aus. Okay. Dann würde ich sagen, wenn wir den Auftrag hier mal abgeben. Ach, Gott sei Dank gibt es diese Funktion zum Rumjumpen. Wo ist denn das Haus? Äh, hier. Moinzehn. Ich hab da mal was abzufertigen. Nice. 48 Minuten. Okay. Cool. Wir haben Geld. Und ich würde sagen, zum Abschluss der Episode. Gehen wir da hinten mal in den Lockschuppen rein und schauen uns mal das neue Spielzeug an. Zumindest von dem, was da steht. Einerseits unsere Dampflocki, die komplett gearbeitet worden ist. Aber für die brauchen wir noch ein bisschen Geld, soweit ich das im Kopf hab. Und dann die hier, die DM3. Die würde mich hier schon mal reizen. Ah, scheiße. Wir kommen nicht rein. Spezielle bei der ist halt, die hat eine Gangschaltung. Und das ist halt schon noch speziell zum Fahren. Also ich spiel da selber den Gedanken, dass wir mit der als nächstes fahren. Weil die ist von der Lizenz her recht günstig. Und dann haben wir noch den Kollegen hier. DH4. Der hat natürlich noch mehr Schmackes. Hm. Wenn es jetzt Geld ausgeht, vielleicht kann ich schon mal in DH4 fahren. Hm. Ja, mal gucken. Entweder DH4 oder der Kollege. War das schon immer so, dass das da gelegen ist? Weiß gar nicht. Aber das wäre dann schon irgendwie spaßig mit der DM3. Da muss ich zumindest mal arbeiten beim Fahren. Ja gut. Das war's erstmal mit der allerersten Episode von D-Rail Valley. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Öl, dein Abo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich bei besserem Wetter in D-Rail Valley. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann. Euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Vielen Dank.